Wir machen ein bisschen das jetzt mal. Nicht wackeln. Aber das hat echt aufgezählt. Mit Gerhard. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge 24 Christmas. Jetzt mit Hashtag direkt. Ich hab gesehen, wir müssen ein bisschen mehr Platz machen, weil das immer riesig ist. Manchmal ist es auf einmal woanders. Wirklich, das passiert super oft, hab ich gesehen. Wir machen Gerichte vom Weihnachtsmarkt nach. Und uns gehen langsam die Ideen aus. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, was esst ihr da so auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind jetzt safe bis Weihnachten. Oh, Weihnachten kommt was Geiles noch, gell? Aber heute gibt's, wir haben ja schon... Doch, doch, gibt's was Geiles. Wir haben ja schon eine Erbsensuppe gemacht als Eintopf. Finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Gulaschsuppe haben wir schon gemacht. Kann man so weglöffeln auf dem Weihnachtsmarkt. Und heute gibt es? Linsensuppe. Korrekt. Eine schöne Linsensuppe. Und zwar holen wir die Linse. Genau, wir haben so Tellerlinsen. Es gibt ja super viele geile Schüssellinsen. Genau, Schüssellinsen. Die haben wir eingeweicht, das war ein Kilo. Und das wird echt gut, ne? Über Nacht ist perfekt, dann kochen die auch nur 10 Minuten. Wir haben es jetzt hier so 2 Stunden vorher gemacht. Die sind geil, die sind jetzt schon teilweise weich. Das ist Tobi Tobi, ne? So, und dazu gibt's ein bisschen Gemüse hier. Und Kartoffelchen machen wir mit rein. Also hier Sellerie, Karotte und ein bisschen Lauch haben wir da. Zwiebel geht rein. Dann haben wir hier so einen Bauchspeg. Der muss da mit hin. Und man kann da natürlich so Würstchen reinmachen, ne? Ja. Aber da wir hier in der Nähe von Frankfurt sind, haben wir ein super geiles Produkt. Und das ist die Greffelsings Rindswurst. Bei uns gibt's Rindwürste. Schreibt mal rein, was gibt's bei euch für Würste in der Linsensuppe. Wiener geht immer, gell? Bockwurst geht immer. Frankfurt. Aber so ein Ding, gell? Das ist schon geil. Und Katrin, würdest du mal hier so ein bisschen an die Karotte gehen? Und ich würde parallel dazu schon mal die Zwiebel schälen. Kannst du mir gerade mal auf und ohne abschneiden? Oder ich krieg ein eigenes Messer. Nein. Du bist viel zu klein für ein Messer. So. Was denn? Das probier ich auch immer zu sagen. Trotzdem muss ich jeden Tag kochen. Jeden Tag. Jeden Tag. Linseneintopf. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal so ein bisschen Schnippelarbeit. Ziehen das Zeug hier in Würfelchen. Machen und tun, was man da so machen muss. Der Tim macht davon ein paar Impressionen. Da braucht ihr nicht so lange zu warten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es ans Kochen geht, liebe Leute. Die Wurst ist ausgepackt, die geht jetzt hier drüben mal so. Nimm doch mal die Quadratlatsche weg. Die nimmt aber auch unheimlich viel Platz ein, hier in dieser winzigen Küche. Ich bin kein 1,60 Meter groß. Guck mal, was du für ein Mini-Töpfchen da rausgeholt hast. Da bleibt eine Wurst über. Weniger ist manchmal mehr. Weniger Wurst? Ja. Schreib mal in die Kommentare, ob ihr das aussieht. Dass weniger Wurst manchmal mehr ist. Guck mal hier, in den Topf habe ich schon mal so ein bisschen hier diese Schwade reingemacht. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Dann geht da jetzt rein. Gewürfelter Bauchspeck. Und die Zwiebel. Die ist da noch. Na ja, gut. Können wir kurz meine Würste zeigen? Ich habe es geschafft. Katrin hat Würste ins Wasser gelegt. Nehmen wir an, das reicht. Im heutigen Standard der Kaufausfüllung dürfte das wahrscheinlich reichen für den Gesellenbrief. Ja, also Zwiebel geht jetzt hier auch dazu. Mach mal ein Stückchen Öl rein, bitte. Ja, so hoch. Gut. Ja, ansonsten haben wir hier, guck mal hier unten, so ist ungefähr die Schnittform. Karottenwürfel, Kartoffelwürfel, Sellerie und Laub schön in so Plättchen. Und jetzt gehen wir dann nacheinander dazu. Jetzt schützen wir erstmal ein bisschen Speck und Zwiebel an. Mit einem Schlückchen Öl von Katrin. Enz Katrin. Wunderbar. Jo, das passiert jetzt. Jo, sehen wir uns gleich wieder. Schauen wir mal hier rein. Einfach so ein bisschen farblos angeschwimmen. So, und dann würde ich, Katrin bist du noch da? Ja. Karotten. Da reinmachen. Und Valerie? Ja. Und Kartoffeln. Der Lauch kommt später rein. Das lassen wir jetzt einmal hier kurz ein bisschen mit anschwitzen. Wir wollen so ein kleines bisschen, ja, wir wollen keine Röst-Arom oder sowas, auch keine Farbe. Aber wir wollen das so ein bisschen, ja, wisst schon, ne, dass das Volk so, ja, mal so eine Grundtemperatur kriegt und so ein bisschen schwitzt. Und schon mal so ein bisschen sich drauf vorbereiten kann, was da so gleich passiert, ja. So. Was wir jetzt hier machen können, äh, also wir haben auf jeden Fall nicht am Anfang mal richtig Linsenzuppe live weg. Ähm, kein Salz am Anfang rein, ja. Normalerweise würden wir vielleicht die wieder schon salzen und das wollen wir nicht. Weil sonst könnte es einfach zu lange dauern. So. Ich hab die jetzt hier mal so ein bisschen abgedroppt. Und wenn ihr jetzt mal drauf seid, hören wir mal, ne. Ist schon gar nicht mehr so schlimm, gell? Die waren ja knüppelhart vorhin. Ja, mehlig. Ja, die sind jetzt absolut super mehlig und die kochen wir jetzt gleich weg. So, schau mal hier. Jetzt bildet sich beim Boden so ein bisschen satt. Weiß nicht, ob man es sieht. Weiß nicht, läuft die Kamera ja an, gell? Nee, ich weiß nicht. So, dann kommt Linsen zu dazu. Gucken wir mal, wie viel mehr brauchen. Ich hab ja ein ganzes Kilo. Wieder so einen schönen Eintopf haben nachher, ne. Ja, die gehen noch ein bisschen auf. Ich glaub, das ist ganz gut. So, und dann gießen wir, könnt ihr draufstellen, was ihr wollt. Gemüsebrühe ist das Beste. Wenn ihr eine Hühnerbrühe oder sowas habt, könnt ihr es natürlich auch machen. Aber da geht am Ende alles, ne. So, dann machen wir mal so, dass es ein bisschen mehr wie bedeckt ist. Und wisst ihr, was wir jetzt machen müssen? Wir müssen was kochen lassen. Und zwar gute 40 Minuten. Halbe Stunde. Ja, 30, 40 Minuten. Dann machen wir Lauch rein. Und dann wird gegessen. Bis gleich. Wir sind hier aktuell schon am allerbesten Weg. Schau mal, so sieht die Linse aktuell aus. Schön sämig. Die Kartoffeln, die Zwiebeln, die geben Bindung. Jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo man dann den Lauch mit rein schaffen. Sehr gut. Und dann kochen wir das noch ein Viertelstündchen. Und dann können wir auch gleich essen. Du wirst mich hauen. Und dann würfst du jetzt fertig. Und die Suppe auch. Kathrin, kannst du mir mal so eine Rindswurst? Machst du die Haut runter? Und dann schneiden wir uns die schön. Ich habe hier für oben drauf für Deko noch so ein bisschen vom Sellerie grün. Schau mal herun. Warte, von den ganz jungen Trieben. Das ist geil. Schmeckt gut. Und guck mal hier, was eine bombige Konsistenz. Ey, das ist ein geiler Erbsen. Ach, Erbsen. Erbsen haben wir auch schon gemacht. Wollen wir hier noch einblenden? Erbsen-Eintopf. Ja. Die Kaffee weiß immer, wo es steht, gell? Ja, immer. Immer, wo er steht. Ich habe Probleme, die zu pellen. Ja, verstehe ich. Soll ich dir kurz helfen da? Weil die Leute haben keine Zeit. Du hast ein bisschen Grünkohl an der Stirn. Ja? Oh, kaum, kaum. Das ist, weil du mich gerade gehauen hast. Grünkohl übrigens. Auch geiles Video. Ich weiß nicht, ob es noch kommt oder ob es schon da war. Das müssen wir mal sehen. Ich tippe mal, das hier kommt vorm Grünkohl. Ja. So, Kathrin. Wenn du die Grünkohl-Probleme weg hast. Scheibchen? Ja, ja. Schäle, Scheibchen. Das sind ja so Endstücke wie ja. Die Kamera hat man da so was geklaut. Sehr gut. Dann. Und Eis für Tim. Leg ich hier mal so Wurst drauf. Und dann machen wir jetzt. Machen wir Lust? Ja, was auf. So, jetzt machen wir noch ein bisschen von den Grünen. Und jetzt machen wir ein Foto und dann probieren wir zusammen. Wichtigste. Hier. Beste dafür. Altmeister Essig. Brandwein Essig. So ein bisschen. Piept immer, wenn man da drauf drückt, Kathrin. Ich mag das. Ich mache hier so einen Esslöffel und ein bisschen was drauf. Renorieren wir einmal durch. Boah, das ist geil. Das riecht. Und auch bei der Suppe ist es so, die schmeckt neu erst richtig. Aber, das ist glaube ich schon ziemlich gut. Das ist so ein Speziallöffel organisiert. Gebe. Mit Wurst. Halt! Aber, das ist immer okay. Ihr wisst ja Bescheid, gell? Heiß. Unerwartet, oder? Total. Hat die gekocht. Weißt du, was das krasse ist? Das ist kein Krümel Salz dran bisher. Das ist nur die kräftige Brühe gewesen. Das ist heiß, sagste. Film sie auf jeden Fall, wie sie verbrennt. Schnell, schnell. Film sie, wie sie verbrennt. Diese Wurst war so heiß. Geil. Mit dem Pfeffer oben drauf mal. Perfekt. Ey, abschmecken müsst ihr selbst, ne? Aber, das ist auf jeden Fall schon... Lecker. Eine gute Linsensop. Muss man einfach so sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst uns einen netten Kommentar da. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr es nachgemacht habt, könnt ihr es auf euren Social Media Kanälen posten. Und dann sehen wir das. Und dann könnt ihr Preise gewinnen. So eine Schürze, Kochkurs mit uns beiden. Ein paar andere schöne Quatschkopf-Sachen lassen wir uns auch noch einfallen. Und ja, dann bedanken wir uns, gell? Ja. Tschüss. Bis gleich. Ah, guten Morgen. Tschüss. Tschüss.